Super leichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Super leichte Zeichnungen. Heute werden wir Pikachu Pop-It zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Lass uns die Form von Pikachu sehr schnell zeichnen. Ich fange mit dem Kopf an, Ohren, dann den Körper so und seine Arme seine zwei Beine schließlich der Schwanz. Jetzt teilen wir alles mit Linien wie diesen. Und ich zeichne kleine Kreise in alle Bahnen. Ausgezeichnet! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Um sie anzumalen, werde ich die Farben des Regenbogens verwenden. Ich fange hier mit der Farbe Rot an. So. Und dann benutze ich denцу. Dann benutze ich den Dunkelgrün Dunkelgrün Hellblau Ein wenig dunkelblau Helllila Lila und Pink Fuchsia Minze und Cremefarben Erstaunlich Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal! Wir sehen uns im nächsten Video!